Mo, also nach gefühlt 20 Minuten Aufbauzeit hier für die Technik im Podcast ein ganz herzliches Willkommen hier in Lindau auf unserem kleinen Bauernhof. Wir reden heute über Lebensmittel, mal gar nicht quasi den Lebensmittel-Online-Handel, da kommen wir zum Ende hinzu, sondern wie funktioniert eigentlich das ganze Thema Lebensmittel-Catering in deinem Geschäft? Sag mal, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Mo aus Hamburg und habe die Catering-Firma Rolling Taste vor ungefähr sechs Jahren gegründet mit meinem Geschäftspartner Timon zusammen. Ja, wir haben damals zu zweit gestartet, bei mir zu Hause, in meiner Wohnung und in meiner Garage tatsächlich und haben dann wirklich, sind sehr langsam, aber immer gewachsen. Also wir haben sehr klein angefangen und haben jeden Step-by-Step gemacht und haben uns wirklich alles selbst beigebracht und selbst erarbeitet, wo wir jetzt sind. Und wir haben halt den Schwerpunkt auf Event-Gastronomie oder Event-Catering. Das heißt, wir gucken, dass wir nicht mit Chevys arbeiten. Also sonst hat man ja unter Catering oder Party-Service stellt man sich ja oft vor, Chevy, 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 Salatbuffet und ein Dessert. Chevy sind das diese Warmhaltenschalen? Richtig, mit dem Deckel, Wasserdampf. Das riecht man ja schon, wenn man reinkommt und es ist irgendwo ein Chevy-Buffet aufgebaut. An was denkt man denn sofort? An Kartoffelkantel? Genau, und irgendwie an Omas... Brokkoli? Brokkoli an Omas 70. Geburtstag auf dem Landgasthof. Das muss nicht immer schlecht sein, aber wir gucken ja, dass es frisch riechen soll und nicht nach Chevy und heißem Wasserdampf. Und das ist so ein bisschen unser Konzept, dass wir mit Köchen vor Ort arbeiten, viel vor Ort frisch machen, tolle Gerüche entwickeln und in den Raum reinkriegen. Und das ist so ein bisschen das Konzept. Und wir sind auch ganz stark im Barbecue-Bereich. Wir haben vier große Smoker. Der große Smoker ist acht Meter lang und wiegt zweieinhalb Tonnen. Damit machen wir auf große Events wirklich, da kriegen wir viele Leute satt mit authentischem Barbecue. Auch dieses Thema Barbecue haben wir gesagt, überall steht Barbecue dran. Barbecue-Restaurant, Barbecue-Catering, aber es ist alles gar kein Barbecue. Das ist alles nur Gasgrill, Schweinenacken drauf oder Bratwurst. Und wir haben gesagt, wir machen echtes Barbecue. Das heißt, eine echte Brisket, ein echtes Pulled Beef, ein echtes Pulled Pork, mal ein Stück Fleisch geräuchert, also auch so ein Flanksteak, mal über eine Stunde geräuchert und aufgeschnitten. Ganz anderes Thema, echte Spare Ribs, um wirklich ein wirkliches Barbecue den Kunden anzubieten und nicht dieses immer, wir sind Barbecue. Und da haben wir auch unsere ganz eigene Philosophie, der Smoker, das muss dicker Stahl sein. Der Rauch muss sich in dem Smoker, der ist erst nach einem Jahr, gibt auch erst nochmal richtig Geschmack ab, dass das Essen auch gut wird. Und die Smoker, die man sonst so im Handel hat, das ist alles dünnes Blech und der hält auch gar nicht die Hitze vernünftig. Also da gibt es, ja, wir beschäftigen uns mit vielen Dingen sehr viel und gucken, dass wir es so auf unsere Art machen einfach. Und was wäre so, wenn du es pitchen müsstest, also du hast ja gerade ein bisschen ausführlich beschrieben, was ihr so macht, das ist einfach authentisches Catering oder besseres Catering oder schmeckt besser oder nachhaltiger? Also wir machen es so, wie ich es selber auch gern essen würde. Das heißt, wir gucken wirklich, dass es authentisch ist. Ja, also wir sind sehr saisonal, sehr regional. Wir sind auch biozertifiziert, aber das hat gar nicht den Schwerpunkt. Also wir wollen nicht das Regional Catering sein und wir wollen auch nicht der Bio-Caterer sein. Wir machen das aus Überzeugung. Zum Beispiel, ich war vier Monate in Asien unterwegs und wir haben auch viel asiatische Gerichte mit drin, die wir dann auch gucken, dass wir die authentisch auf den Tisch kriegen. Und ich glaube, wir sind eher ein authentisches Catering. Das heißt, wir kochen das, wo wir Lust drauf haben, was wir gut können und vermitteln das dem Gast einfach. Wir sind ja quasi hier auch in diesem Podcast zusammengekommen, weil unter anderem durch Corona auch die Uhr mehr ausgefallen ist. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das heißt, ihr catert ja jetzt nicht nur Omas 70. Geburtstag, sondern auch größere Events. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was das so ist in eurer Jahresplanung? Also angenommen, es finden noch Events statt. Was kommt da so da vor? Also wir haben im Sommer viele Hochzeiten und Geburtstage. Das ist so ein Standardgeschäft. Dann haben wir sehr viele Firmenkunden, wo wir Sommerfeste organisieren, Firmenjubiläen, auch oft mit tollen Konzepten, an tollen Locations. Und dann sind wir auch im Eventbereich tätig. Also das heißt, wir fahren zum Beispiel für Porsche, für die WEC mit an die Rennstrecke. So, das heißt, da sind wir in Belgien unterwegs, in Spa, in Le Mans, in Monza und in Silverstone und bauen da richtig eine Hospi auf. Und da machen wir dann richtig auch, da haben wir uns ganz tolles Kochkonzept einfallen lassen mit Staubtöpfen, Le Crosette, also schwere gusseiserne französische Töpfe als Buffet aufgebaut. Und dann halt die OMR, da machen wir die komplette Gastroplanung und auch Umsetzung in allen Bereichen, Crew Catering. Wir organisieren die Food Trucks, wir denken uns das Foodkonzept aus für die Foodhalle, die Backstage-Bereiche, die Künstlerbetreuung, viele Side-Events, die wir mit betreuen. Denn das wäre halt dieses Jahr mit knapp 60.000, 70.000 Besuchern gewesen, also das wäre mit unser größter Job einfach gewesen. Da haben wir ja ein Jahr dran gearbeitet und das vorbereitet. Die Vorbereitung ist zum Glück nicht umsonst. Nächstes Jahr geht es weiter, das heißt, viele Sachen kann man für nächstes Jahr einfach mit übernehmen. Und ansonsten haben wir auch Anfragen für viele kleinere Konferenzen bekommen. Also digitaler Kindergarten zum Beispiel, für die haben wir auch angefangen, ein kleines Foodkonzept im Mülland-Tor-Stadion zu machen. Ja, und so gucken wir halt immer, dass... Wie viele Grills oder Foodtrucks sind denn für dich im Einsatz? Foodtrucks sind das dann so um die 25. Wir waren halt selber lange auch auf Festivals unterwegs als Aussteller wie ein Foodtruck. Und wir haben jetzt geguckt, dass wir denen versuchen, besonders faire Bedingungen zu machen. Und ich finde auch, dass das heutzutage sehr wichtig ist, dass die Partnerschaften müssen... Also nicht deine 25 Foodtrucks, sondern ihr beliefert 25 Foodtrucks mit Basis-Themen. Auch nicht, also das sind Externe, die wir reinholen. Ja, ah, okay. Wir sind dann quasi auf die Stelle. Ja, wir haben denen zum Beispiel angeboten, auch den Burger-Trucks, dass sie halt das Fleisch über uns kaufen, weil wir ja für die OMR dieses Jahr ein Nose-to-Tail-Konzept geplant haben mit dem One-Beef, mit dem Kieler Weiderind hier aus deinem Garten quasi. Ja, da wollten wir halt wirklich alle Teile verarbeiten. Bolognese, Pulp-Beef, die Edelstücke als Steaks anbieten. Da haben wir uns einen Grillgarten überlegt, wo die Leute einen Grillkurs hätten machen können mit verschiedenen Grillherstellern zusammen und wie die Edelteile rausgeknallt hätten zum mega fairen Preis. Zum Crew-Cade-Drink hätten wir das mit eingebracht. Und so hätten wir halt nachhaltig eine tolle Fleischversorgung für viele Leute gehabt. Und ich würde mal sagen, das gab es so bestimmt noch nie, dass sich eine Messe oder eine Großveranstaltung mit so vielen Leuten Gedanken gemacht hat, wo kriegen wir das Fleisch her, um das nachhaltig und lecker den Leuten auf den Teller zu bringen. Bevor wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, vielleicht nochmal einen Abstecher zum Thema Foodtrucks und Märkte. Momentan sehen wir, trotz oder wegen Corona sind die Märkte ja mega voll. Wenn man hier in Kieler zum Büchermarkt geht, dann stehen die Leute Schlange an diesen ganzen Dingern. Immer mit zwei Meter Abstand, also das scheint schon irgendwie zu funktionieren, aber ist schon mega voll. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Also mit dem, was ihr da so anbietet, seid ihr doch auf einem guten Markt bestimmt willkommene Gäste, um dort Burger zu verkaufen oder auch die rohen Zutaten zu verkaufen. Ja, also wenn man jetzt den Ise-Markt nimmt zum Beispiel, der beliebteste Markt aus Hamburg oder auch der Fischmarkt St. Pauli, die haben halt morgens schon Warteschlangen. Also da könnte man jetzt sagen, ah okay, da gehe ich mal hin. Als Anbieter. Als Anbieter, also als Kunde sowieso kann man hingehen, aber als Anbieter. Und dann wird morgens entschieden, also es gibt viele Stammaussteiger, die immer dort sein dürfen und können. Und dann gibt es immer mal Plätze frei und das entscheidet dann der Markt auf sehr, wer sich noch mit hinstellen darf. Da gibt es natürlich noch viele kleinere Märkte, da ist oft auch noch Platz. Aber ich glaube auch, dass jetzt auch die Marktleute das auch so ein bisschen verdient haben, dass sie jetzt auch mal Umsatz machen, weil ich beobachte, dass ich früher in Wandsbeck gewohnt und der Markt wurde immer kleiner, kleiner und kleiner und die Fläche war riesengroß. Und wir haben auch schon mal mit einem Verband gesprochen. Damals waren wir im Verein Natürlich Genießen, wo wir sagen, wir wollen mit Essen auf die Stände kommen. Und die hatten da so ein bisschen was dagegen, weil die gesagt haben, wir stehen hier immer. Das ist eigentlich unser Recht, hier zu stehen. Also das ist wie so ein Schausteller-Gewerbe. So muss man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Man muss da richtig teilweise in einen Verein eintreten, um da mit auf diesem Markt stehen zu dürfen. Aber wenn man das schafft, wenn man auf dem ISE-Markt zu den Stammausstellern gehört, jetzt auch unabhängig von der Corona-Zeit, lohnt sich das dann richtig? Also macht man da richtig, richtig viel Umsatz oder ist das doch schon ein anstrengendes Geschäft? Ich glaube schon, dass das ein gutes Geschäft ist. Aber ich stand noch nie auf dem ISE-Markt. Ein Kumpel von mir hat mal Blumen verkauft auf dem ISE-Markt und hat damit angefangen. Und er hat damit auf jeden Fall einen guten Kundenkreis aufbauen können. Also ich glaube, du kannst da viele Neukunden gewinnen, die dann auch vielleicht in deinem Gemüseladen kaufen. Oder halt vielleicht, wenn wir uns mit OneBeef da hinstellen, die eventuell danach im Online-Shop bestellen. Okay, dann kommen wir mal zu dem Thema, was macht ihr denn jetzt, wenn die ganzen Konferenzen nicht stattfinden? Wir hatten ja tatsächlich im Vorfeld hier mal gesprochen, uns mal getroffen. Du arbeitest ja mit unserem Landschlachter hier zusammen. Das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Fleischversorgung. Kannst du mal ein bisschen was erzählen? Wie hast du eigentlich bisher oder wie kaufst du bisher in dem Gastro-Bereich eigentlich Fleisch? Und welche Qualitäten kann man da haben? Das sind diejenigen, die schon den Logo-Gourmet-Podcast gehört haben. Der ist auch schon jetzt, zwei Jahre alt mindestens, schon ein bisschen vorgewildert. Aber für dich als Gastronom mit dem Anspruch, auch gutes Fleisch zu kaufen, wie kaufst du bisher ein? Also wir sind damit rangegangen. Wir kaufen im Moment viel australisches Fleisch ein tatsächlich oder haben oft australisches Fleisch eingekauft. Das hat damit zu tun, ich war zwei Jahre in Australien und habe da auf Schaf- und Rinderfarm gearbeitet und bin davon sehr überzeugt immer gewesen, weil die Properties, die sind riesengroß und die Rinder sind wirklich einfach viel, viel draußen und essen natürlich, kriegen auch wenig Kraftfutter. Und der Preis ist okay und die Reifung ist auch gut. Also amerikanisches Fleisch wiederum ist auch gar nicht so schlecht. Da sind aber die Bedingungen der Haltung eigentlich nicht vertretbar. Aber wenn du in Australien Fleisch kaufst, das kommt ja dann wahrscheinlich per Schiff, oder? Per Schiff oder per Flugzeug, ja. Aber so eine Schiffsreise aus Australien, wie lange dauert das? Vier Wochen, fünf Wochen? Vier, fünf Wochen. Reicht das dann auf dem Schiff oder wie funktioniert das? Nee, also die Reifen, die haben das auch schon vorgereift bei sich zum Teil. Aber wir haben immer einen Black Angus, was wir dort bekommen. Und das ist halt vor Ort meistens zehn Tage gereift und reift dann nochmal, wie die argentinische Ware, im Vakuumbeutel nochmal nach. Aber von der Fleischgröße war das für uns immer gut. Und preisig für den Kunden konnten wir sagen, für einen guten Preis konnten wir ein schönes Stück Fleisch anbieten. Aber diese argentinische oder auch australische Rindfleisch, das kriegst du nicht beim örtlichen Metro? Also wir haben dann es lange versucht, mehr mit deutschem Rindfleisch zu arbeiten. Nur das Problem ist, in Deutschland deutsches Rindfleisch zu kaufen, in einer guten Qualität, für einen vernünftigen Preis, war damals für uns sehr schwer. Also das meiste Fleisch, was wir gekriegt haben, war entweder gar nicht abgehangen oder maximal zehn Tage. Und es war verhältnismäßig teuer. Also die Stücke waren sehr, sehr teuer, sodass wir das unseren Kunden für keinen vertretbaren Preis anbieten konnten. Das war immer so die Problematik. Also natürlich gibt es deutsches Fleisch, was gut ist. Aber das, was wir damals gekriegt haben, haben wir viel Probleme mit gehabt. Die Flanks waren zäh, die waren nicht lang genug abgehangen. Da musste man das selber nachreifen, was sehr mühselig ist, wenn es schon mal im Laden ist. Dann waren wir beim Kilopreis, der doppelt so teuer war, wie hier zum Beispiel eine australische Ware. So, dann haben wir dann irgendwann gesagt, das lassen wir jetzt sein erst mal. Haben uns dann wieder auf das Thema Australien konzentriert gehabt. Und dann haben wir uns ja quasi kennengelernt. Und da kamen wir ja jetzt zu dem Fleisch, was wir jetzt benutzen. Und hier muss, da erzählen wir bestimmt auch gleich nochmal was drüber. Aber hier ist halt das Gute, dass hier Norbert, der Landschlachter, hinter steckt. Und der das mit viel Liebe für einen guten Preis realisierbar einfach macht. Und das gibt es in Hamburg gar nicht. In diesem ganzen Großhandelsdschungel, wo dann schon drei Leute mitverdient haben, bevor du überhaupt deine Fleischqualität kriegst, ist das hier auf dem kurzen, direkten Weg für uns einfach besser und auch für unsere Kunden. Wir hatten das mit Peter ja in dem Podcast auch mal diskutiert. Es gibt ja kaum noch Landschlachtereien. Ich glaube, in Schüsselkeulstein gibt es vielleicht noch vier, fünf, hattet ihr gesagt. Ja, vier, fünf, eher wahrscheinlich so nur noch drei. Also zwei weitere Norberts sozusagen. Und wenn man, ich habe, wir reden gleich nochmal über das One-Beef-Konzept. Da kam dann so ein bisschen der Einwand. Aber ich könnte doch auch Fleisch beim örtlichen Metzger kaufen. Da habe ich bisher so gelernt, der örtliche Metzger, der schlachtet ja meistens auch nicht mehr selber. Der holt sich das Fleisch ja auch vom Großmarkt und verarbeitet. Stimmt das oder bin ich da falsch? Das stimmt. Ich habe mir jetzt letzte Woche tatsächlich auf dem Fleischgroßmarkt einen großen Zerlegebetrieb angeguckt. Die kriegen mehrere hundert, fast tausend Rinder am Tag und auch Schweine und zerlegen die da in Akkordarbeit. Und die verteilen das an die ganzen Schlachtereien. Also noch nicht an die Metzgereien. Entschuldigung, an die Metzgereien verteilen die dann die Stücke, weil das kaum noch einer macht. Also Norbert schlachtet ja noch selber unzerlegt. Dann gibt es ja noch Betriebe, die zumindest ganze Rinder kaufen und selber noch zerlegen. Und dann gibt es aber die meisten Schlachter, äh Metzgereien, die bestellen sich ihre Teilstücke schon fertig. So und die kriegen, das ist auch deutsche Ware, die ist auch gut, aber die ist bei Weitem, finde ich, nicht so lange abgehangen. Und da hat dann schon wieder Schlachtung, Zerlegebetrieb, Zwischenhändler, dann sind wir beim Schlacht, dann sind wir beim Metzger und dann sind wir beim Endverbraucherkunden. Das heißt, diese Kuh ist schon durch vier, fünf Hände gegangen, die sich alle ihren Aufpreis wieder draufgeschlagen haben. Das heißt, man bezahlt, so kommt dann ein Preis zustande, der dann relativ teuer ist für das, was man bekommt. Du hast ja gerade beschrieben, dass ihr so ein Nose-to-Tail-Konzept machen wolltet, das ganze Rind verwerten, also ohne, dass man quasi den Landschlachter kennt wie Norbert oder die zwei, drei anderen, die es auch in Schleswig-Holstein gibt. Hast du gar keine Chance, an ein ganzes Rind zu kommen? Ja, kann ich, ich kriege ein ganzes Rind, aber es ist unverhältnismäßig teuer einfach, weil da auch wieder, also wir haben früher mal ganze Schweine gekauft, das war schon okay. Aber wir sind für ganze Rind gar nicht drauf ausgeladen, also wir können das mal machen, aber wir haben gar nicht den Platz im Kühlhaus, wir können das gar nicht vernünftig abhängen. Und das Teure ist ja auch tatsächlich, wo die Schlachter ihr Problem mit haben, ist die lange Reifung. Also die wollen schlachten, hängen und raus. Also die haben gar nicht oft die Möglichkeiten, den Platz jedes Rind drei Wochen lang zu reifen, um einen tollen Geschmack rauszukriegen. Die meisten Rinder werden geschlachtet, dann werden die Rückenstücke nochmal zehn Tage, zwei Wochen extra reifen gelassen und der Rest wird sofort verarbeitet. Und dann zu Hackgulaschen. Hackgulasch, genau, richtig. Okay, und dann hatten wir, als ich das dann gehört habe mit der OMR, wir sind ja selber betroffen, wir haben ja mit Spike hat auch eine sozusagen eine Fläche, viele Masterclasses, da werden wir sicherlich auch ein bisschen virtuellen Ersatz finden, aber für diesen virtuellen Ersatz braucht man kein Catering. Da habe ich dich ja angerufen und gefragt, sag mal, was machen wir jetzt eigentlich? Was war so deine erste Reaktion, als du gehört hast, alle Events eigentlich für das nächste halbe Jahr sind raus? Man muss ja sagen, uns in der Catering-Branche hat das schon viel, viel früher ereilt als alle anderen. Also wir haben schon bestimmt einen Monat vorher was davon gehabt, weil schon viele internationale Events und Messen schon angefangen haben abzusagen. Und die Restaurants sind ja erst seit Montag quasi betroffen und sind jetzt alle ganz aufgeregt. So, das Problem, das hatten wir vor vier Wochen. Deswegen konnten wir uns schon Gedanken um Alternativen machen. Aber das war natürlich erst mal ein Schock. Also die ersten drei Aufträge weg, hast du noch gedacht, oh mein Gott. Und dann hat das Telefon nicht aufgehört zu klingeln. E-Mails kamen rein, Absage, 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 Absage. Also wir haben jetzt für uns als Catering einen Umsatzverlust von 1,5 Millionen Euro. Nur in den nächsten drei bis vier Monaten. Okay, dann müssen quasi alle eigentlich in Kurzarbeit. Ja, es sind so gut wie alle in Kurzarbeit, ja. Okay, und dann habe ich dich angerufen und gesagt, pass mal auf, der Bedarf ist ja da. Die Leute wollen ja weiterhin essen und sitzen jetzt zu Hause und haben Zeit. Lieferst doch aus. Was war, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es vorher schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und daher kam ja jetzt die Webseite onebeef.net, heißt die, glaube ich. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was so jetzt die grundsätzliche Idee ist, was ihr jetzt in den letzten, ja, eigentlich sieben Tagen damit so gelernt habt? Ja, also es war tatsächlich, wir haben uns ja vorher schon unterhalten, hier dieses Beef. Also wir haben ja das erste Rind bei euch gekauft, das verarbeitet und haben gesagt, das finden wir super. Wollten das schon, haben das sogar schon ins Catering-Konzept aufgenommen, bevor die Krise losging. So, dann kam diese Krise und dann haben wir eh schon immer überlegt, wie kann man dieses Beef nennen. Wir hatten mal Tasteford im Gespräch, verschiedenste Namen und haben gesagt, onebeef ist ein guter Name, weil dann können wir auch auf verschiedene Rassen mal umschwenken und den Prozess der Reifung und der Produktion beeinflussen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir hatten halt noch so ein Rind im Keller. Also wir hatten das gekauft und eingefroren und haben gesagt, wir müssen jetzt das, was wir haben, zu Umsatz machen. Und dann kamst du dann auch parallel hervor und hast dann auch gleich gesagt, komm, ihr müsst das jetzt vermarkten. Und dann haben wir gesagt, ja, ich habe schon so ein bisschen darauf rumgedacht und dann haben wir ganz viel hin und her geschrieben. Und dann ist ja wirklich, wie du sagst, innerhalb einer Woche ist dann tatsächlich ein komplett neues Business entstanden. Also das war wirklich faszinierend. Also die Idee, ich bin morgens dann zur Arbeit gekommen und habe gesagt, ich habe gestern mit Alex gesprochen, wir müssen hier jetzt unser Beef vermarkten, haben uns fünf Produkte einfallen lassen, die in dieser Beefbox sind, haben das ganze Rind verarbeitet, etikettiert, uns ein Logo erstellen lassen über einen Kumpel von mir, haben einen kleinen Flyer erstellt und haben den dann über Social Media gepusht und haben dann relativ schnell viel verkaufen können. Also wir haben in den ersten drei Tagen 100 Pakete verkauft plus Add-ons, die man sich dazu bestellen konnte. Und das waren dann circa 15.000 Euro Umsatz, die wir damit gemacht haben. Und von Null, also wir waren davor auf Null und dann wieder auf circa 5.000 Euro Umsatz am Tag zu kommen, war für uns schon richtig, richtig gut. Und in so einem Paket, was da drin, also was ist dein Angebot, wenn man heute auf One Beef geht, was soll der Kunde kaufen? Also der Kunde kauft ein Paket, da kriegt er ein Kilo Hack, dieses drei Wochen gereifte Hack. Das ist wirklich sensationell gut, mega im Geschmack. Wir haben ungefähr 500 bis 600 Gramm Steakfleisch drin. Steakfleisch kann alles sein, man kann entweder ein Filet drin haben oder ein Rib Eye oder ein Roast Beef oder Hüfte. Also das heißt, das kann man nicht beeinflussen. Dann haben wir vorgeschmorten Rinderbraten drin. Der ist aus der Schulter und aus bestimmten Keulenteilen gemacht. Und dann haben wir noch Pulled Beef drin. Pulled Beef ist zum Beispiel aus dem Nacken hergestellt. Und eine Bolognese haben wir auch noch mit drin, klassisch. Und so haben wir drei vorgekochte Gerichte, die man quasi ganz einfach erwärmen kann. Und man hat aber noch Hack und das Steakfleisch, was man sich noch frisch braten kann. Hier ist auch der Gedanke gewesen, das den Leuten zu Hause so einfach wie möglich zu machen, dass sie schnell sich was erwärmen und essen können. Und jetzt sind wir natürlich am Überlegen, ob wir auch noch reine Rohpakete mit reinnehmen, wo man auch noch selber einfach kochen kann und das nicht vorgekocht ist. Und da arbeiten wir jetzt einfach ein bisschen dran. Und die Leute, die es jetzt quasi vor einer Woche dann die ersten Pakete bekommen haben, was ist so die erste Reaktion darauf? Ja, die finden das richtig gut. Also wir haben schon Fotos zugeschickt gekriegt von Leuten, die selbst Burgerbrötchen gebacken haben und Kohl's Lohr und Pulled Beef und fanden das mega lecker. Oder sich einen Kartoffelstampf gekocht haben mit dem Braten obendrauf. Ich denke, dass jetzt, wenn das Wetter besser wird, die ersten Steaks und Buletten draußen auf den Grill gelegt werden, definitiv. Das Feedback ist sehr, sehr gut. Wir arbeiten jetzt dran. Das Hack haben wir zum Beispiel jetzt halbiert auf zweimal 500 Gramm, dass man es besser ausfrieren kann. Die Braten haben wir halbiert auf eine Portionsgröße, dass man einfach im Handling zu Hause damit besser arbeiten kann. Und das alles sehr flach einvakuumiert, dass man es auch gut in seinen Tiefkühler zu Hause bekommt. Ja, was ist das für ein Paket? So vier, fünf Kilo, ne? Genau, also viereinhalb sind es mindestens, ja. Okay. Und das ist ja quasi nicht nur Rinder, die hier von meiner, sozusagen von unserer Wiese kommen. Ich hoffe quasi, das sind deutlich mehr dann irgendwann. Wie ist denn der Supply? Also wenn du jetzt quasi Norbert anrufst und sagst so, Norbert, ich brauche nochmal drei. Ich habe ja jetzt doch nochmal die, es geht hier voll ab. Geht sowas überhaupt? Also Norbert unterstützt uns jetzt sehr. Das heißt, wir haben jetzt von euch am Dienstag zwei Rinder geschlachtet. Die müssen jetzt erstmal drei Wochen hängen. Und Norbert hatte noch drei da. Davon haben wir jetzt auch schon drei abgenommen. Und damit überbrücken wir quasi die Zeit, bis wir wieder eure haben. Und Norbert sagt so, wenn ihr das Rind jetzt nicht braucht, dann verkauf es bei mir in der Metzgerei. Ja. So, das ist mega fair. Das heißt, die hängen da und wir können sie abrufen für diese Startzeit, dass wir jetzt nicht diese hohen Investitionskosten haben. Aber langfristig wollen wir natürlich auf Peders und deine Rinder ganz klar zurückgreifen. Das sind ja vor allem Peders, das sind Peders Rinder im Wesentlichen. Also auf Peders Rinder zurückgreifen. Der hat jetzt, haben wir zwei, das ist hauptsächlich Herford. Nicht nur Herford, ich glaube zwei, drei Kreuzungen mit Wagyu. Gibt ein paar Wagyu-Kreuzungen drin. Wagyu-Kreuzungen sind mit drin. Um die dann auch nochmal mit in den Shop reinzunehmen. Und liefert ihr dann selber aus in Hamburg? Ja, wir liefern in Hamburg aus. Wir machen das im Moment so, dass wir immer sammeln so ein bisschen, bis ein Rind weg ist. Und wir haben im Moment so ein Rund. Nach 100 Metern nach rechts. Oh mein Gott. Okay. Das ist nicht schlecht. Kommt das Navi hier noch. Ja, oh mein Gott. Ich hatte noch die Adresse von Norbert hier drin. Ach so. Es hat sich jetzt so herausgestellt, dass wir immer dienstags und freitags ausliefern. So, und da haben wir mal so um die 20, 30 Portionen. Wir haben ein Tiefkühlfahrzeug, einen großen TK-Aufsatz. Und damit fahren wir in Hamburg den ganzen Tag rum und beliefern die Leute. Es kann auch selbst abgeholt werden. Machen auch ganz, ganz viele. Aber wir konzentrieren uns jetzt erst mal auf Hamburg und Umgebung. Und haben noch nicht den Postweg gewählt. Und das, was hier quasi bei Landschlachter und Metzgereien immer gut funktioniert, diesen Mittagstisch, macht ihr sowas auch? Wo dann sagt so, die Leute sind jetzt zu Hause, die wollen jetzt nicht jeden Tag immer Nudeln und Klopapier sich fertig machen. Sondern die wollen auch was haben. Solange die Restaurants quasi diesen Betrieb noch nicht umgestellt haben, ist ja jetzt so ein bisschen eure Chance. Ja, also wir machen für die OMR-Crew, machen wir Mittagsessen. Da hatten wir jetzt letztens 70 Portionen, die wir ausfahren können. So zweimal die Woche auch immer dienstags und Freitagskrieg. Die, die von uns essen, was wir denen ausliefern. Das ist dann kalt, vorgekocht und kann dann zu Hause erwärmt werden. Ansonsten haben wir einen Mittagstisch bei uns im Restaurant oder in unserer Fläche auf der Süderstraße. Da kann man sich einen Mittagstisch to go warm abholen. Und vereinzelte kleine Firmen. Wir haben Firmen, die bestellen hier mal 10, da mal 10. Und wir haben halt in dem Online-Shop jetzt auch vegane Gerichte mit aufgenommen. Und das Konzept ist so, das ist immer eine Tüte mit circa 800 Gramm. Das können sich zwei Leute teilen. Das kann man auf der einen Seite vegan essen als Mittagstisch. Man kann aber auch das als Gemüsebeilage für seine One-Beef-Box benutzen. Und noch mal kurz zum Online-Shop. Da hat ja quasi Matthias Henze von Jimdo so ein bisschen supportet. Der hat das ja auch gelesen und der war ja auch gerade im Podcast, hat ein bisschen was darüber erzählt. Wie lange hat es gedauert, den Shop aufzusetzen? Das ging mega schnell. Also theoretisch ist das in ein paar Stunden möglich, das aufzusetzen, wenn man alle Bilder und alle Texte parat hat. Wir haben jetzt so zwei, drei Tage gebraucht. Die Bilder, die Texte. Wir mussten Paypal erst einrichten. Das hatten wir schon in der Mache auch schon davor. Und dann haben wir so drei Tage gebraucht. Und dann konnten wir mit dem Shop echt schnell online gehen. Und jetzt ist es ein bisschen Feintuning. Also der Shop ist halt im Moment deutschlandweit. Der kann jeder bestellen. Wir verweisen gerade noch erstmal nur Hamburg. Wir sind noch dran, da eine Logistik für andere Sachen aufzubauen. Aber in erster Linie wollen wir auch unsere Stadt erstmal supporten. Und gucken, dass wir da unseren Umsatz im Moment machen. Aber ansonsten war das ganz super. Also hat sehr gut geklappt. Okay, aber das Ziel müsste dann wahrscheinlich sein, damit das quasi ein unabhängiger Geschäftszweig werden kann von Rolling Taste. Wir gehen mal davon aus, dass sozusagen in der zweiten Jahreshälfte auch mal wieder Offline-Events losgehen. Muss wahrscheinlich dann schon sein, dass man dann mehrere, ob das jetzt Rinder sind, oder wie du schon sagst, wenn man nochmal so aus der Jagd mal Sachen dazu nimmt oder lokale Erzeugnisse auf dem Markt gibt. Honig, whatever, vegan, Gemüsekiste. Da müsste eigentlich ja jeden Tag schon so ein Tiefkühlfahrzeug rumfahren in Hamburg, damit das was wird. Also dass sich das lohnt, da muss man schon am Tag richtig was raushauen, weil auch der Wareneinsatz relativ hoch ist. Also man kann da jetzt nicht so eine krasse Marge draufknallen, sonst kauft das auch wiederum keiner. Das Rind ist relativ gut. Wir werden jetzt sehen, was passiert, wenn es jetzt sehr, sehr gut angenommen ist, ob wir es weiterlaufen lassen oder nicht. Das One Beef werden wir auf jeden Fall weiterlaufen lassen und gucken, dass wir sonst eventuell in zwei Wochen oder in einem Monat zurück muss gehen. Weil wir müssen auch ganz klar sagen, Norbert und unsere Küche rotieren gerade, um das vorzubereiten. So wenn man natürlich seine Kunden sammelt, schlachtet und weiß, wie viele Portionen man verkauft, ist das für alle Beteiligten wesentlich entspannter. Deswegen muss man mal gucken. Also wir haben jetzt innerhalb von zwei Tagen teilweise diese Pakete ausgeliefert. Auf vergleichbaren Portalen wartet man vier bis sechs Wochen auf sein Fleischpaket. Und wir machen das im Moment in unter einer Woche möglich, dass das zu einem nach Hause kommt und sogar ein Teil schon vorgekocht. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das muss alles vorgekocht werden, vakuumiert werden und dann nochmal eingefroren und etikettiert. Das ist jede Menge Arbeit. Ja, sehr cool. Und bei den Foodtrucks, auch wenn ihr die beliefert, sind die denn jetzt gerade gefragt? Das ist ja kein Business, was noch nicht verboten ist, glaube ich. Du kannst ja einen Foodtruck weiterhin betreiben gerade. Das müsste doch eigentlich gut funktionieren für Mittagstische. Die können sich einfach irgendwo in Eppendorf hinstellen im Hinterhude und dann kommen die Leute. Also Foodtrucks dürfen ja nicht auf öffentlichen Parkplätzen stehen. Das ist verboten. Ach so. Die dürfen nur auf Privatparkplätzen stehen und brauchen dafür eine Erlaubnis des Besitzers dieses Privatparkplatzes. Und da ist es an jedem Foodtruck selbst dran. Also ich halte es schon für sinnvolle Ideen, dass sich Foodtrucks vor Edekas und Revis stellen, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass sie da ein gutes Geschäft machen können. Das Ding ist, die meisten großen Firmen sind im Homeoffice. Das heißt, da kannst du dich zwar auf den Parkplatz stellen, aber da ist nichts los. Und da muss auch jeder Ideen sammeln. Also ich habe ja schon überlegt, mir einen Foodtruck zu holen und ein neues Lieferservice-Konzept zu machen. Und zwar so, du bestellst deinen Burger und dann fährt der Foodtruck vor die Tür, kocht den fertig und dann kannst du ihn dir eben schnell rausnehmen. Das ist wahrscheinlich so auch in der Grauzone. Ja gut, aber ich meine, jetzt kann man, glaube ich, Ideen ausprobieren und sammeln und tun und machen. Absolut. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit dafür, sich so ein bisschen neu zu erfinden. Was denn die Nachfrage nach anderen, also dass du eine vegane Box anbietest, finde ich sehr schlau. Das hast du aber gerade erst angefangen, ne? Genau. Also wir stellen die heute Abend vor im Video mit unserem Personaler, der ist Veganer, der muss heute mal kochen. Also dann legen wir die Beutel dahin und sagen, komm, mach mal und dann gucken wir, wie er damit zurechtkommt. Wir haben jetzt noch eine Wildbox mit aufgenommen. Also mein alter Meisterschullehrer ist Jäger und Wildhändler und der hat ganz tolle Konserven von Wildcurry und Wildgoulash schon Currywurst hergestellt. Die bieten wir jetzt an mit Brot und ein paar Add-ons. Dann haben wir eine Gemüsekiste von unseren Bauern mit angeboten und so eine regionale Wochenkiste mit Eiern, mit Brot, mit Honig etc. Und gucken, dass wir ganz viele Partner mit reinnehmen, die gerade auch Probleme haben, ihr Zeug loszuwerden. Ah, okay. Ist das so, dass dann die Erzeuger, wenn ihr mit denen redet, dass die momentan keinen Zugang zum Kunden haben, obwohl die Kunden die Supermärkte gefühlt leer kaufen? Ja, aber man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel jetzt, wenn man das Thema Milch sich anguckt, die Milchproduzenten haben eine doppelt so hohe Anfrage an Milch für den Einzelhandel, aber die komplette Gastronomie ist weg. So, und die haben jetzt das Problem, die haben genug Milch, aber der Einzelhandel sorgt eher dafür, dass die Nachfrage hoch ist, der Preis wieder sinkt, die haben gar nicht genug Tüten auf Lager, um die Milch für den Einzelhandel abzufüllen und die ganzen großen Einheiten, fünf Liter Sahne, fünf Liter Milch, die man in der Gastronomie kauft, das ist weg. So, das heißt, die haben da auch Riesenprobleme, ihr Zeug loszuwerden, die müssen auch komplett umdenken, die müssen sich auf den Einzelhandel mehr einstellen, dann muss das wieder auch viel krasser ausgeliefert werden, also da steckt halt schon viel hinter, auch zum Beispiel die Spargelbauern, natürlich verkaufen die viel in die Supermärkte, aber das, auch ein großer Teil geht in die Restaurants, die in der Spargelsaison Spargel verkaufen, das ist weg. So, und da muss man jetzt mal gucken, wie sich das jetzt bald verhalten wird, ich meine, im Moment leben wir noch von Lagerware aus dem Winter und mit dem Spargel gehen ja jetzt erst die Gemüsesaison richtig los, Erntehelfer gerade ein großes Thema, kommen die überhaupt rüber, werden die reingelassen, sind schon viele da, die sich freiwillig melden, aber die haben gar keine Ahnung, wie man Spargel pflückt. So, dann braucht dann eine Person viermal so lange, das heißt, der Spargelpreis steigt eventuell auch und er kann weniger verkaufen. Spannende Zeiten. Wird noch spannend, ja. Spannende Zeiten, aber umso besser, dass ihr jetzt schon seit der Woche sozusagen ausliefern lernt und Kundenberkrise, ich habe auch noch zwei, drei Ideen hier gesammelt, die wir jetzt gerade im Podcast teilen, wie man da noch mehr Kunden kommt, auf Traktion kommt. Also, du kommst ja hier, wenn der Podcast jetzt hier live wird, ist ja nächste Woche, also sozusagen, wir suchen gerade Positivbeispiele, also wie muss man sich umstellen, wie kann man quasi hier jetzt nicht profitieren, aber wie muss man neu denken und vielleicht dabei auch diesem nachhaltig lokalen Ansatz gerecht werden. Sehr cool. Du hast mir ja auch so ein Testpaket mitgebracht, da werde ich heute Mittag erstmal was von machen. Vielen Dank schon mal dafür und für alle, die das interessiert, auf onebeef.net findet ihr das Angebot und wir machen mal nochmal ein kleines Update, denke ich mal ein paar Wochen, mal zu gucken, was draus geworden ist aus eurem Prinzip. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.